Löwenbiere-Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern live. Das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Einmal rundherum. TV Bayern live. Immer samstags um 17.45 Uhr.